Musik Diejenigen von euch, die nicht besonders viel D&D oder Pathfinder spielen, mögen nicht wissen, was ein Gnoll ist. Also erkläre ich das Ganze eben kurz. Gnolle können im Dunkeln sehen, was Sinn macht, weil sie im Grunde zweibeinige Hyänen sind. Was viele der typischen Vorurteile gegen Hyänen mit sich bringt. Sie fressen sehr gerne Ars, sind im Grunde riesige Arschlöcher und sind tierisch faul. Und weil sie so unheimlich faul sind, halten sie sich Sklaven, die ihnen den Arsch nachtragen sollen. Und obwohl sie so scheiße faul sind, kämpfen sie tierisch gerne gegeneinander und gegen andere. Und ich finde, diese Spezies hätte deutlich mehr Potenzial. Zum einen, weil jedes Rudel von einem Alpha angeführt wird, dem größten und bösesten Motherfucker, der da rumläuft. Und bei Gnollen wären etwa 100% der Fälle dieser große böse Motherfucker ein Weibchen. Was einfach daran liegt, dass bei Hyänen die Rudeln von Weibchen angeführt werden, weil die Weibchen einfach größer und stärker sind als die Männchen. Und größere Penisse haben aus irgendeinem Grund. Jedenfalls gibt es eine klare Geschlechtshierarchie innerhalb eines Hyänenrudels. Ganz oben steht das Alpha-Weibchen, darunter steht jedes andere Weibchen. Und unter dem geringsten Weibchen steht das höchste Männchen. Das heißt, für Gnolle würde ich nicht einfach nur dieses Stamm-Höhlen-Bewohn-Ding vorschlagen, was momentan im Fluff existiert. Sondern ich würde es bevorzugen, wenn sie eine Kriegerkultur wären. Das heißt, die obere Kaste der Krieger besteht vollkommen aus Weibchen. Und unter den Weibchen stehen die Männer, die zum einen fürs Jagen und fürs Futter zuständig sind und zum anderen für alles, was irgendwie handwerklich zu tun ist. Und unter den Männchen stünden die Sklaven. Und zu den Sklaven ein ganz kurzes Wort. Gnolle, so wie sie im Fluff dargestellt werden, wären extrem beschissene Sklavenhalter. Nicht, weil sie Arschlöcher sind, sondern weil sie einfach nur unfähig sind. Um einmal über Sklavereien der richtigen Welt zu reden. Du hast ja nicht einfach irgendwelche Menschen gefangen, die gesagt haben, du bist mein Sklave. Weil das sind in der Regel die Menschen, die rebellieren. Wenn du ein großes System an Sklaven hast, wie zum Beispiel Rom es damals hatte, hast du Sklaven-Farms. Du hast Leute, die eigens dafür ausgesucht sind, Sklaven zu brüten, herzustellen. Im Grunde, wie wir es heute mit Hunden machen. Du kannst mit einem Hund Sachen anstellen, für die ein Wolf die Hand abbeißen würde. Aber weil diese Hunde domestiziert sind, haben sie nicht dieses wilde Empfinden. Sie denken sich, mein Herrchen gibt mir ein Leckerli, ich war ein guter Junge. Genauso ist es auch bei Sklaven. Sie werden von Geburt an konditioniert. Sie denken sich nicht, das Arschloch mit der Peitsche soll mich in Ruhe lassen, ich verpiss mich hier. Sie denken sich, mein Meister gibt mir Arbeit, ich bin wichtig für meinen Meister, ich bin ein guter Sklave, mein Leben ist schön. Das hieße, wenn Gnolle so extrem viele Sklaven haben, wie es der Fluff vorschreibt, müssen sie extrem viel Arbeit in diese Sklaverei investieren. Was nicht unbedingt viel Sinn macht, wenn man bedenkt, dass der einzige Grund, der für Sklaverei angegeben wird, im Fluff ihre eigene Faulheit ist. Darum würde ich gerne zwei Arten von Gnollen vorschlagen. Und mich dabei auf die Orks aus Warhammer berufen. Ihr seht, es gibt zwei Arten von Orks. Es gibt die normalen, in Anführungsstrichen, zivilisierten Orks, die richtige Waffen aus Metall haben. Und wilde Orks, die im Grunde einfach nur einen Stein an einen Stock gebinden und auf das Beste hoffen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Ork-Arten sind die Goblins. Ihr seht, die wilden Orks haben keine Goblins. Und Goblins sind die einzigen Grünhäute, die es irgendwie hinkriegen, Waffen und Rüstung zu bauen. Es ist nicht kunstvoll oder schön, aber es funktioniert zumindest. Meine Idee für die Gnolle bestünde jetzt darin, dass es auf der einen Seite wilde Stämme gibt, in denen die Männchen und die Sklaven im Grunde fast gleichgestellt sind. Was nicht heißt, dass die Sklaven gut behandelt werden, aber heißt, dass die Männchen wie absolute Scheiße behandelt werden. Und die Gnolle einfach nur rausgehen, alles töten, ficken und versklaven, was sie gerade finden. Und dann wieder nach Hause latschen. Während es auf der anderen Seite in der Vergründung zivilisierte Gnolle gibt. Sie wären immer noch gewaltige Arschlöcher und würden alles töten und ficken, was sie finden. Aber hier hätten die Männchen einen etwas höheren Stellenwert. Einfach weil diese Gnollrudel den Männchen genug Verantwortung zutragen, um Befestigung zu bauen. Das heißt, diese Gnolle leben nicht in irgendwelchen Löchern im Boden oder in irgendwelchen Höhlen, die sie gefunden haben, sondern leben in befestigten Dörfern. Und befestigte Dörfer bringen genug Sicherheit mit sich. Sicherheit, die dafür sorgt, dass man zum einen Sklaven richtig trainieren und aufziehen kann und die zum anderen dafür sorgt, dass man vernünftige Waffen herstellen kann und trainieren kann. Das heißt, ich würde es so halten, dass die gewöhnlichen Gnolle als wilde Stämme durch die Gegend ziehen, im Grunde einfach Nomaden sind und für die Spieler keine große Herausforderung wären, einfach weil es im Grunde schlecht ausgerüstete, schlecht ausgebildete Barbaren sind. Während die Gnolle, die in befestigten Dörfern oder sogar befestigten Städten leben, je nachdem wie groß der Stamm werden könnte, so weit gehen könnten, dass sie sogar Tribut von anderen umliegenden Dörfern verlangen können. Einfach weil sie nicht wie wild hinstürmen und alles totfrügeln, was sie finden können und sich dann wieder verpissen, sondern weil sie in vernünftiger Formation marschieren können. Weil es trainierte und gut ausgerüstete Soldaten sind. Und ja, sie würden trotzdem alles, was wie ein Schwächling aussieht, töten, ficken und fressen, nicht unbedingt in der Reihenfolge. Aber erst nachdem die Formation der Gegner durchbrochen wurde. Das heißt, diese Gnolle werden eine richtige Herausforderung für die Helden. Und es würde das Ganze interessanter machen, weil sie eventuell gezwungen wären, mit dieser Art von Gnollen zusammenzuarbeiten. Einfach weil diese Gnolle das Potenzial haben, ein weniger gut befestigtes und weniger zivilisiertes Gebiet zu kontrollieren. Das wäre zumindest meiner Meinung nach besser als haarige 0815 Orks, die schlecht aus dem Mund riechen.